Falls jemand gerade gesagt hat, er wird, falls Anna auf Assassine wechselt, Morales-Schnarre, hättest du eine Idee. Doppel-Support ist nicht so meint. Ah, okay. Also ich support diesen Butcher, also. Ich bin sicher. Ja. Trinkst du auf NHA? Dann mache ich die Roots drunter. Natürlich nur, wenn ich in Range bin. Ja. Und dann ist er tot. Ich werde drin. Also du Butcher. Okay. Und so machen wir das dann. Das ist einfach mein absoluter Lieblingsheld. Ich glaube, der Held ist für mich gemacht. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, der Zwerch ist eher für dich gemacht. Entschuldigung. Wie kommt jetzt auf das schmale Brett? Ja, ich bin drauf gelaufen und dann war es halt auch. Oh, okay. Ich konnte noch nähere Informationen geben, da ich Hellseher bin. Hine wird es zweistellig bei dir gleich. Das ist was, was du definitiv nicht beweisen kannst. Und da ich Support spiele, ist die Wahrscheinlichkeit sogar noch höher. Das ist zweistellig fett bei dir. Korrekt. Ah, ja, Moment, wenn das jetzt so ist, ne? Ja? 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 Ja, ich glaube, er macht's. Er macht's, er macht's. Er macht's. Ah, wie es backt. Was ist da los? Ja. Nimmst du einen Nacebo-Hals, ne? Was? Nacebo? Na ja. Was ist schon crackendum? Jetzt wird geleckt. Ja, gut, du bist da müssen drin. Jetzt wird geleckt. Wir müssen drin. Weil der hält tot, er ist vor mich gemacht. Okay. Dann bist du drin, drin, drin. Voll drin, mach ich. Gibt gar nichts mehr drin wie drin. Wie steht's denn eigentlich bei diesem Esel hier, Rose? Das Loser-Brack-It-Love. So wird völlig unerwartet, Phanatic wieder gewinne. Danke. Sind die im Loser-Brack-It, ja? Ja, und da gibt's, da gibt's Link dazu, oder was? Also auf diesem Twitch-TV gehst du auf Esel-Heroes. Okay. Den habe ich zufällig auf den Link, Moment. Twitch. Dann einfach in der Suche Esel, ja? Esel-Heroes, ja. Ah, da hat das schon gelinkt. Da, wunderbar. Zack. Nein, Phanatic hat die OG, die Gewinner vom Turnier, unerwartet verloren. OG, die Gewinner vom Turnier? Ja. Sandwich-Monkeys. Rätst du jetzt von, äh, die Knitters? Genau. Meinst du, da stinkts? Ja, da stinkts. Das ist der zweite Feed im ganzen Spiel von deinem. Okay. Du meinst, die sind ein bisschen besser wie mir. Du bist das da mit da, ja? Also hast du da mal dieses Bodyblock-Video eingeguckt? Und, äh, dann würde ich sagen, und diesen Bodyblock-Video, ja, die sind so ein bisschen besser. Geil, ja? Hä? Was? I don't. Was posten die da die ganze Zeit an der Seite? Die komische Kamerasymbol-Litte. An was für einer Seite? Ei, bei Twitch. Das ist der Twitch-Chat. Ja, ja. Aber was sind die Kamerasymbol-Litte? Große. Das ist Twitch-Chat. Macht keinen Sinn, was die da machen. Das ist so ziemlich behindert, was es gibt im ganzen Internet, außer, äh, 4chan früher. Was hieß gerade? Ah, ja, jedes Icon ist praktisch, äh, 5 Euro Subscription bei irgendeinem Streamer. Achso. Das heißt, die machen ein Spiel und sind Millionär, verstehe ich das richtig? Nene. Nein, wirklich, nein. Nein, nein, nein. Macht der Tarn, es kann Spaß mehr, ich kann nicht sehen. Ah, jetzt ist ja der Benner wieder dabei. Ist in dem Fall drin. Auf der in ihrer Stühle steht Esel drauf. Ja. Ist das der Name dann von dem, der im Stuhl sitzt? Ja. Also Esel, Enz bis 5. Jörg Esel, Rainer Esel, das sind alles Brüder. Sieh mal doch. Guck, das ist ja nochmal ein Zwischen. Also das ist quasi die Esel. Esel ist der No-Name. Ja, genau. Und der ist ja Max-Nomig mit Vornamen. Jo, Max-Nomig-Esel. Schon ist ja einer Name, muss man schon sagen, Max-Nomig-Esel. Ja, das ist, ja, ja. Jetzt weiß ich aber, was dieses Max steht, bei Light, die Max heißt. Es steht bei Max-Nomig. Jo, es heißt eigentlich Max-Nomig. Das ist Max, es ist nur die Abkehrsdruck. Haben wir das Valkreath, haben wir gewonnen. Ist der Held im ganzen Schneer. Der heißt Axel. In Verloren. Ja. Eben der Nahtmann, die Hasse geschissen. Nein, das warst du selber. Ich lebe mir dann in die Hose, scheiße, bist du dumm. Darf mein Nachbarn denken, dass ich ein ziemlicher Idiot bin? Wieso? Weil ich einfach fast ausschließlich am Rechner sitze. Was, weil wir wissen, die Hose sind. Und an der Woche? Aber ich habe vom Fenstersitz. Achso. Also, was soll ich jetzt nicht machen? Einfach hin, das Fenstersitz ist jetzt so. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich drin bin. Also, was ist schlimmer? Du siehst das ganze Wocheend am Rechner, oder? Die gucken es das ganze Wocheend bei dir zu, wie du am Rechner siehst. Ja, es ist durchs Linger. Wie viel Leid gucke ich da gerade zu? Ich glaube aktuell zwei. Okay. Ja. Aber dann würde ich ihn gerade mal raushängen lassen. War zu leid. Ja. Alle sind so drin, ich freue mich so jetzt, deine Hose schnell an. Sind so drin. Die Schlacht beginnt in Ehm, Irgendwas stimmt doch nicht. Ja. Warum ist das Fall bei uns ein Do-Nit? Ja, ja. Da oben kann man später noch IG. Es sind noch kein Minions. Jetzt geht es erstmal nicht. Ich habe die Bremse. Das war's. Versteht ihr? Ja. Doch, bitte was. Da hast du was. Ich bin ein Mana. Doch, hast du ein Mana. Oh, ich bin geroutet. Ich bin tot. Äh, komm schon mal noch hin, wenn du die Trainer grobst. Ja, die ist tot. Ja, ich auch. Der ist tot. Der ist nicht tot. Eih, ist er tot. Nicht an sie. Ja. Ich habe ich nie geheilt. Ja, habe ich kein Spielkrieg von dem Mann und habe mich keiner drum geschert. Hast du das schon entkriegt? Doch, du hast irgendwas von Hubs auf die Chain gesagt. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht, ja. Ach, wenn ich in 20. Dann warst du plötzlich in der Basis. Also, drin wärst du. Geht rein, Leid. Ja, hast du gesagt. Teile kann ich dich leider nicht suchen, Leid. Okay. Wenn ich in 20. Hackelschau euch nicht verändert. Also, ich habe nicht falsch versteckt. Geheals habe ich. Aber dann hast du immer noch 10% AP gehört. Hackelschau euch. Okay. Ja. Oder gehen mit einem anderen Brotporn durch die Gegend. Ja. Ach da. Ich helfe ihm vor allem Mokrat die Dingkelle. Er ist tot. Mhm. Jupp. Oh. Ich schluck gerade Mokrat's überlau. Ja. Willst du da, du Feet? Geht es? Ja, die ist tot. Bleib dran. Feet, 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 Feet. Nee, mich soll nicht mehr. Feet, Feet, Feet. Macht's keinen Sinn. Ey, jetzt wischen nicht drin. Das ist seltsam. Das ist seltsam. Boah, ich habe die Sautmutter. Jetzt habe ich leider keine Routes. Oh, das war... Oh. Was geht denn da also? Oh, Wett, Feet. Ich habe so viel Heels, habe ich nicht. Ich habe damit gerechnet, dass ich genau zwischen den Rauskomm. Ja, ne, ne, ne. Nicht bremse, nicht bremse. Geh raus. Ey, jetzt bin ich ernsthaft. Die wissen, dass das Heel over time ist, oder? Heel over was? Was? Der Begriff ist seltsam. Also, ich schreibe nichts. Alphurian. Over time. Der Rett wie der Portugiesisch. Ja, ne. Steht wie der Kästler auf. Ach, kommen wir drauf. Ne Mode, das ist sowas wie Dodd. Nur Heinz. Jup. Genau. Das heißt Dodd over time. Ach so. Hat vielleicht noch... Oh, come on! Was dann? Was dann? Was dann? Oh, wenn jetzt der Gara wird. So wäre es so. Oh, nun, 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 nun. Lass mich einfach nett an die Türmen, war es gut, ja. Lass mich doch mal kurz an die Türmen drauf, was meinst du das mal? Oh, die Nova latzt mich gleich. Nova? Haha. Waren die Nova? Jo. Wir haben drei Novas, oder? Ich bin schon, ich bin nur eine. Ach so. Hm. Hallo. Ach komm, ich bin unten vorbei. Hier ist mal Heal hingedrückt. Sehr gut. Boah, er ist so low. Aber da unten hat dann so unsere Türmen. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Hier ist gleich Heal. Okay. Wir machen das Zeug, Bennett. Ja. Ja. Ja, krieg ich ja normaler Heal, oder krieg ich wieder nur so portugiesischer? Oh. Nur portugieser Heal. Ach so. Oh, der Axel ist tot. Ja, der Axel ist tot. Ach so. Kommt einfach keiner runter, sie ignorieren sie uns alle. Ja. Ja. Oh, wir sind hier. Hm, das geht nicht. Hä? Ja, schon eher. Ich hab das Gefühl, die wollen grad abgeben. Ja. 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 Ja, weil wir lassen sie ja. Ja. Du bist tot. Oh. Ja. 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 Unwahrscheinlich. Nein, Over. Aber Over sind sie, ja. Aber Over war ich gerade. Wir trinken Over nicht. 100%. Nein, wollen sie nicht. Vertrauen wir nicht dringend Over nicht. Ja. Das war's. Ja, sie stehen auch nicht. Sind sie alle in der Mitte? Ja, hast du genau die falsche ausgesucht. Ja, stimmt. Da ist die Sonja. Der ist so drin. Der ist so drin. Wir sind alle los. Ja. Jetzt geben sie ab. Wer hat sie eigentlich? Zum 2 wahrscheinlich. Ja, die waren nie dabei. Wir haben trotzdem ein Feed. Nice. Ja, aber B ist Feed. Ja. Du weißt, ob sie überhaupt hier sein? Ja. Du weißt, ob sie überhaupt hier sein? Habe ich immer noch die meiste Kills? Ich will es nicht überleben. Wir werden es sehen. Oh Mann, ey. Also, so... Wie weißt... Ja, meint er nennen oder was? Nee. Warum? Weil die... die Wave abzieht dann... Nee. Was bin ich so weit vorne? Ach du Scheiße. Boah. Was ist so weit vorne? Wird so gefeed. Geht doch einfach. Ich bin auf dem Malp im nächsten Malp. Der kann nix machen. Ja. Du hast immer noch null HP, ne? Du hast immer noch null. Null? Was? Das grüne hascht noch nix. Okay, ey. Geh ich nennen oder was? Oh, die Jaina. Jaina ist mir. Jaina ist mir. Ich bin nicht dabei. Du Scheiße. Oh, Bennat, Bennat. Wo? Sie sind doch nur der Scheiße. Die sind die dritte. Die sind die dritte. Die sind die dritte. Die sind die dritte. Verteidigst du? Keine was voll ninn. Ich hab's doch die ganze Zeit ohne verteidigt. Ja, ich weiß. Aber du redest wieder. Komm, ey, ginn, ginn, ginn. Komm, ey, ginn. Und ohne trägt das Ding... Soll ich nicht machen? Ja, ohne trägt die Spinnen das Ding hin. Und keiner verteidigt sie. Wenn ich auch Weisungen krieg? Ich stelle die ganze Zeit vor, wie die sich versteckt, genau was? Die gewa ab, 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 die gewa ab. Wo dann? Wo dann? Wo dann? Wo dann? Überall. Ohne ist keiner, ohne ist keiner. Können sie da oben. Können wir da hin gehen? Da sind sie. Nella! Was? Was machen wir denn? Ja, auf. Was ist, ninn? Oh, soll ich auch dazukommen? Oder vom Schaden her wäre es dann vielleicht besser? Oh, guck mal, da ist er. Da, seht ihr ruhig? Nein, nein, ich tricke dich kurz ninn. Ja, die werden dann dort. Ich habe kurz ninn getrickt. Dicke mich ninn. Da kommen die Malwelle. Da kommen die Malwelle. Vorsicht, naja, die spinne die Däten. Da kommen die Malwelle. Wenn er ninn tue, die Däten zu kommen, ja. Ach, komm doch. Nimm die Anna, nimm die Anna! Nimm die Anna! Nimm doch die Anna! Ach, ja, geht doch. Ich hab doch die Chana gekloppt. Ja, aber die Anna bist du drauf gechargt, deswegen. Ja, aber ich hab die Chana ge... Ja, das stimmt, aber ich hab die Chana ge... Ja, ich hab die Chana ge... Ja, ich dachte immer schon weiter, äh, die... Ja, ist egal. Sonja. Wenn er nicht ninn trinken wolle, kann es nicht mehr als da. Ich geh nur von mir nicht ninn trinken. Oh, ich mach jetzt die Versitzung auf, wenn ihr noch Portugiesisch versteht. Geht's denn nicht? Hallo? Hä? Camp in der Mitte. Oh, ne Zagara-Kelle. Oh, ne. Oh, guck mal, die Zagara. Ja, sag ich doch. Oh, guck mal, die Zagara. Oh, guck mal, die Zagara, die ist so low. Will unbedingt sterben, hat sie gesagt. Ich nehm mal zu dritt auf einer. Ja. Das ist auch unser, ja. Das ist der Sinn des Spiels. Oh, la, komm mal, die hat eine 40. Sind wir die mal Latze? Nein. Er hat eine 40. Nein. Dann... Wir warten, bis einer geleckt wird, und dann kam ich mal auf Bennett. Okay. Jetzt sind wir nämlich alle tot. Ja, nice. Was ist denn? Oh. Nein. Ich war voll drin. Ja, aber die andere sind raus. Macht keinen Sinn. Nein, nein, ich steh hinne. Je weiter hinne, je besser. Ja, ich weiß, aber... Macht keinen Sinn, wenn man sieht, dass... ...leitgestunt sind, dass man dann rauslauft. Okay. Hab ich vier Kills. Jetzt geht ab. Ich denke, dass die Sonja versucht, so bald wie möglich hinzuträgt. Und die ist da jetzt gerade, ne? Ich denke, dass die Zagara... Die ist da jetzt gerade, wenn sie jetzt Nuff lauft. Ich denke, die Jaina wäre tot, wenn es A gechargt hätte. Da ist er, da ist er, da ist er. Jetzt killen wir einfach die Zagara. Dann haben wir die Zagara gekillt. Ich verstehe. Genau, und dann gibt die Sonja ab. Und... Sonja gibt sie dann, weil ich lieber gleich nachher lacht. Oh, es gibt die Zagara. Oh, es gibt die Zagara. Hallo? Hä? Ich hab gedenkt... Ja, ich bin voll dran. Hallo? Hallo? Michans. Wo bist du? So mächtig im Stich... Ja, da bin ich... Nee. So bin ich jetzt wieder ganz allein? Ja, weil wir dahinter sind. Die Sonja hat sich weggechastet. So mächtig im Stich gelassen. Ich hab'n extra geholt. Ich hab'n extra voll hin. Guck mal da, guck mal da. Äh, der ist drin. Achtung, die Sonja gibt ab. 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 Okay, alles klar. Oh, komm. Aber wir haben dem Alp. Ist doch scheißegal. Pass mal noch mal zusammen. Das waren 47 Schlieber. Wer interessiert denn das? Das ist... Ei. Alter, eine 47 Schlieber. Machen wir's halt kaputt? Ja. Hier ist ein Stinkpack. Machen sie doch... Warum hast sie mit dir jetzt... Nimmst dich gelassen. Ja. Ob die Zagara. Renne ich hin. Renne alle weg. So mächtig. Ich hab nix... Ich sag doch. Ich renne andere Leute nachher. Ja. Das macht Käse. Das kann nicht sein. Ich bin dir hinterher gerannt. Ja. Ich bin weggerannt von der Sonja. Wow. Er dreht's immer, gell? Ja, ja. Er dreht immer so. Jo. Jo. Das schützt die Sonja aus. Ich bin nicht tot. Das macht das schon ewig. Aber... Ich drehe... Ich bin im Alp. Ja. Sack mächtig Nogelov. Okay, folgendes. Folgendes. Lachen wir zu 5 drum. Lassen wir zu 5 drum Lachen. Wir sind stinkig. Jens. Hihi. Folgendes. Lassen wir zu 5 drum Lachen. Was machen du? Wollen wir zu 5 drum? Wollen wir zu 5 drum Lachen? Irgendwas machen wir zu 5 drum? Stopp! Direkt Portugies ich gerettet. Achso? Versteht wieder keine Sau. Ich weiß nur was die macht. Du is irgendwas komisches. Da ist ein Mal. Darf man diese 5 drum? Ich hab jetzt ohne die Spinde gemacht. Wenn ich Snap gemacht hätte, hätte ich schon gleich mein Scholl. Hallo. Was? Ja, lass uns selber. Ich hab nichts gemacht. Sind doch 5 lights. Macht's keinen Sinn. So, mein, du hättest voll Linky, oder was? Nee. Okay. Wandermoe fährt sich Schlipper. Zum Trall. Ja, alle. Zumir hat Moina gesagt. Fett sich lieber, halt. Weil der interessiert denn das, ne? Ja. Zumir hat Moina gesagt. Zumir hat Moina gesagt. Zumir hat Moina gesagt. Sagara. Sollen wir jetzt eben was machen? Ich will nie wieder sofort. Macht keinen Spaß. Sollen wir jetzt nichts machen? Das hat er schon so oft gesagt, ne? Ja, ich weiß. Das hat er schon so oft gesagt. Ich kann nichts machen. Das ist fast wie wenn ich, keine Ahnung, Reksa spiel. Boah. Ohne, die Sagara hat so Bock. Aber ist ein Malch. Die Sagara wird noch nicht gelogen, weil sie den Bus machen, oder was? Sagara hat ohne, hat die richtig Bock. Guck mal, ich bin voll drauf. Ja, okay, ich bin nirgends dabei. Ich kann schon eine Zeit, die ich nicht gehalten habe. Und los geht's. well. Boop. Oh Gott. Hm. Hm, hm. Warte, war Moina, was vorbildet ist in der Malch der Druck? Ob du schon mal kuckst? Wenn ich das mache, geht dir jetzt nicht.... Wir machen gerade der Boss. Ja, der Boss läuft aber geht die Wend jetzt gerade. Jetzt ist der Boss wieder uninteressant. Ja, wenn er sterbt an der Wend ist er uninteressant. Mit ist ein 5. Mit ist ein 5. Ich bin nur noch wegs. Ich bin doch. Was ist denn da mit? Ja, da muss ich einfach falsch sein. Zack, ich sag das ein. Mit dem Alph, dem Alph, dem Alph, ja. Da sind meine Sache prallern allem ab. Ehm, kommen wir. Ja, da sind die Hunde am Kämpfen, hallo. Ist das die Mitte? Nein, die Hunde hätten zu uns. Ich war dann wohl bei der falschen Mitte. Das ist richtig. Nein, wir haben noch geredet. Wir haben die anderen folgendes gemacht. Ja, wir haben unten die Jaina fast geredet. Fast. Oh, sicher. Ja. Hat 39 schon über. Ja, die letzten. Muss ich immer die ganzen Kills machen? Schlimm, oder? Ja. Ich spiele Support, damit ich nichts machen muss. Ah, wenn direkt wieder die Nerven verlor. Ah, kann er sehen. Sag einfach, Dothra, dass ich Support-Spiele hasse. Stimmt, ich finde Banner da ein bisschen als unentspannt. Ich finde Banner da. Dann zeigt Bounty, ist halt Platz hingenommen. Was ist dann? Das ist ja auch nicht was. Ach, guck mal, die Zagara hat wieder Bock. Juhu. Juhu. Hast du irgendwelche Tricks? Juhu. 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 Nein, das muss versuchen, der Reinigte zu lanzen, okay? Und der Portugiese Heal ist eigentlich auch nicht schlecht. Hm, halte ich nichts dafür. Portugiese Heal ist scheiße, schlechter wie Lili. Die Zagara, ohne. Die Zagara. Die Zagara hat wieder keinen Bock, guck. Also ihr kennt auch immer das Vorentrick, damit wir gebraucht sind. Zagara ist tot, ja, genau. Nee, ihr wartet nicht. Nice Vertrieb. Zagara ist tot, ja. Zagara hat schon längst B getrickt. Ich hab geloadet, die ist scheiße. Nee, ich hab mich extra Air teleportiert, was soll ich? Kannst du doch alle C Sekunden oder so? Ah jo, jetzt. Ah ja, dann... Gib mal wo ab, oder? Wenn alle Rindrige täte, wäre das schon gut, ja. Wenn ich jetzt mich mit alle? Naja, es reicht genau, Anna. Ja, da ist die Walla irgendwo. Ja, dann trägst du einfach nur Rind, da reicht das. Ja, naja, hab ich. Ja, die wäre tot. Oh, oh, oh. Ja. Okay. So, dann. Wer? Äh... Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Danke, danke. Jetzt kann man raus, 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 weil so steht davor. Und die hat die Rindrige im Blizzard gespielt. Hätte ich schon Bock. Also wenn man... Wo du so camp. Aber warum trinkt man... Also abgabe, camp man mo! Du wärse! Baaah! Okay, ich bin raus. Äh, wenn nicht, trink ich nicht. Hallo. Trink ich mo eh. Ähm, nein. Bin ich drin, ja. Wollte ich eh trinken. Hat nicht gelackt. Was machen wir so? Warum viele mehr so hart? Die sind tot. Ja, Axel hat Bock. Wir haben gerade etwa drei Light gekillt und sterben gehe. Äh, Jaina. Portugiese Heal hat Axel. So gut ist der Portugiese Heal. Axel hat Portugiese Heal. Ich kann auch nicht nur äh, Jaina gehe heilen. Ah gut, die Jaina macht aber auch schon mächtig schade, ne. Okay, Worts. Ja, ja. Wall macht mir schade. Liming macht mir schade. Keldas macht mir schade. Sonja macht mir schade. Walla macht mir schade. Was? Keldas macht mir schade. Im Level nicht. Jaina ist kacke. Ja. Ja. Aktuell bist du alleine als Hila. Jupp. Ninn. Jo, ich lebe aber. Ninn. Vielleicht lebe ich noch dran. Das wir jetzt sowas in den Sinn sind. Oh, der Max Esel. Der Max Esel spielt wieder. Äh. Entschuldigung, der Max Esel. Ich darf schon wieder raus. Was ist los? Ich. Samo. Samo. Oh, hopp. Dies jetzt. Bleib schon einfach stehen, wenn es jemand strickt. Ja. Ja. Verstehe ich. Das ist nicht zu kurz. Vielleicht sollte ich da den Herrn Esel beschweren. Wenn ich eh tricke, ne? Ja. Dann scharge ich auf sie drauf. Genau. Ja, dann hat sie eins getrickt und du bist stehen geblieben. Und dann hat sie eins getrickt. Das heißt, sie ist unverwundbar. Dann steht der Butcher. Dann bleibt er einfach stehe, der Butcher. Ah ja, dann laufst du auf die Sonja drauf und hilfst. Dann ist die Sonja rüber gesprungen gekommen, ne? War ich kurz gestunt. Ja. Weil wenn sie springt, ne? Ja. Trickschein. Die Sonja ist tot. Okay. Die Sonja, ey schlafen. Ja. Achsel hat Bock. Achsel hat Bock. Wow. Achsel ist tot. Und dann ist der Ring AU. Malenk? Ja. Obe ist wieder die Zagara alle. Latzen sie einfach. Naa, das sind 5. Naa, das sind 5. Naa, die ist alle. Das sind tatsächlich 5. Und sie feets wie hart. Naa. Schläckste? Schläckste? Aanda. Das ist ein 5, das ist ein 5. Das ist ein 5. Das sind 5. Ist das widerlich. Oh, die machen Boss? Ja. Ayo. NIN, NIN, NIN! Ja, hallo. Der sieht nix. Kannst du da was. Du müsstest nix gerichtet. Du sollst nix gerichtet. Uooooohhhhhh! BABABABAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAM! Der hackt! Der hackt. Das kann ja nicht Sinn. Ja, die sonoja? Das war ja nicht. Ja, das kann ja nicht Sinn. Wie ist das möglich? Dass die Sonja so gut ist, die Sonja ist okay. Das ist ganz einfach. Das ist eigentlich nicht so. So gut, Sonja ist die Reste im ganzen Spiel. Viel Spaß. Nö, da ist ja doch, äh... Das ist raus. Was? Naus? Okay, raus. Also ich würde... Viel Spaß. Sollte Bernhard noch deinem Posto die Knallern hinkriegen? Nee. Nein, ich schwör auf den Sagara, genau, ja. Ja gut, der Boss schlägt dann am Chor. Passt schon. Krieg ich miteinander zum Butcher. Was? Kriegst du R? Ist er tot. Äh, äh, näh! Da! Wenn es leicht wäre, würden es alle tun. Nee, warte, warte, sonst krieg ich kein Blut. Rrrr, renn, Butcher! Brauchst du Blut? Bist du grad gestorben oder so? Du lebst doch schon länger, oder? Ja, aber Blute... Ich bin immer gut. Prinzipiell gibt es ja nur HP, oder? Ja. Was? Also du hast das Skill. Ja, gibt's doch auch ausgehen, oder? Hab ich das Skill? Ja, wenn man sich das Skillt hat, schon. Ja, wenn man sich das Skillt hat, dann gibt's das, genau. Ja. Ich glaub ja, nicht so die Ahnung von der Menge. Hab ich denn jetzt? Ja, ist im Grund. Hallo? Ja! Du bist da gesilenced. Aua! Du würd' dich echt mal gerne griechen, ne? Nee, Portugiese hier. War schon Portugiese, die Luft hat drauf. Das ist gelohnt. Die ist tot. Aua! Oh! Oh, du scheiß Creeps. Machen wir's jetzt fertig? Ja. Ich spiele da rum. Kefferts. Ich drück ihn hin. Warte, ich spinne. Wir haben Spine. Nee, klar, bestand beinahe. Oh! Servus. Wir haben Spine. Wie ist das möglich? Ah ja? Weil Anna eine letzte Poker hat, und deswegen haben sie gefeatet die Sau. Okay, muss... An die Una spinnen. Nee, 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 nee. Wir machen das fertig. Komm her. Wir machen das fertig. Okay. Musch 10 Sekunden warten. Ja. 2 noch? Kann schon einer drauf. Aber ich kann dir nicht helfen, wenn du von 2 Türmen angegriffst. Ja, irgendeiner muss es denken, also... Nee, du kannst einfach rauslaber aus den Türmen. Nee, mach ich doch nicht fertig. Ja, mach es doch nicht fertig. Doch, es ist fertig gleich. Also... Ja, es ist fertig. Raus, ne? Der Trall hat Bock. Also, sorry, aber 2 Türmen kann der Portugies nicht heilen. Okay. Ja, äh... Ja, äh... Tristan, würdest du dann vielleicht mal einen richtigen Highlight nachher denn noch? Äh... Gibt kein richtiger Highlight im Spiel. Alter, wir haben alles verloren. Ja. Und ich geh jetzt mal so sah, mit deiner... Ah, boah, steht noch. Boah. Jetzt mit deiner 2 Türmen tanken gleichzeitig. War schon... für mich. Ja. Ach du Scheiße. Du kommst da was rauskupst, wenn ich hingehe. Du kommst da was rauskupst, wenn ich hingehe. Ich mag das nicht. Geht doch nirn. Leider schlechte Erfahrungen mit dem Ningge als Support. Ich bin voll... Immer runterkennen. Gibt's doch nicht. Ja, doch. Das weiß ich, oder kommst da was rauskupst. Drin wärmer. Ja, jetzt sind die drin. Ich hab das Gefühl, jetzt kommt keiner mit. Das ist richtig. Weil keiner von unserer Bookpoint Speed. Da kommt der Ring of Frost. Vorsicht. Sonya sieht nix mehr. Jetzt gerade mal da her. Komm her, da hast du geheilt. Übrigens, ne? Boah, Alter, die... Alter, ist net normal. Ist net normal. Ist net normal. Fokus trotzdem... Die sind aber immer noch voll, ne? Ja. Ja, Hansa halt gefokust, ne? Ja, das bringt halt nix. Hatte Nerves auf Steel und Ignore Pain. Bringts nix. Das ist so pervers. Das ist so pervers. Ja, Sonya ist OP. Das ist korrekt. Sonya und Thrall mit Abstand zwei bestimmen im Spiel im Moment. Außer vielleicht dieser Tracer. Der ist noch ganz in da. Aber... Ahja, ich bin mal der Pratenmobprall. Sonya. Jo. Gut. Es gibt's da. Dann hab ich nie wieder Support. Bis ich die Quest wieder krieg. Dann rech ich mich für der tierisch Ufer, wo ich nix machen kann. Ja, wenn ich jetzt net zu Katz Pinkler gehe, dann müsste ich mal in die Hose sein. Das ist mir vorhin auch passiert. Ich guck mal, wie sich der Heal entwickelt, sobald ich wieder ein Klo kommt.